sehr herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal und zwar zu den top 5 decks des monats august 2.0 da habe ich eine umfrage an euch gemacht und daher war relativ deutlich dass wir noch mal eine zweite ausgabe von diesem video hier machen und ganz kurz erklärt warum ich war bei dem ersten video noch ein bisschen zu voreilig und die liste so wie ich sie da gemacht habe so würde ich die wahl heute nicht noch mal treffen das war nämlich noch nicht so gut geplant über die oder wir haben den dogmatiker deswegen sorry an dieser stelle von mir und ich hoffe ihr werdet dieses video dafür umso mehr supporten noch weil hier ist es auf jeden fall ein bisschen mehr ins detail gegangen das heißt also deutlich mehr informationen ich habe noch ein bisschen abgewartet noch ein bisschen angeschaut wie die listen in den letzten wochen so sich entwickelt haben und klar ganz oder alle listen hier sind natürlich noch ohne dragoon das heißt alle decks das heißt mit dragoon ich weiß nicht ob sich da so viel ändern wird aber auf jeden fall hat die card impact das definitiv das muss man auf jeden fall hier noch mit einbeziehen das heißt dragoon können natürlich noch nicht mit in die wertung einbeziehen aber natürlich ihr wisst ist auf jeden fall berücksichtigt worden und der ist dann auf jeden fall im nächsten monat mit dabei und jetzt würde ich sagen steigen wir ein mit der nummer fünf dieses top fünf decks des aktuellen monats 2.0 platz fünf ist im vergleich zur letzten liste auf jeden fall jetzt hier ganz klar alter geist weil alter geist hat in der puren variante übrigens dazu gesagt einfach deutlich mehr optionen noch als die subterr variante subterr klar sehr sehr gutes deck keine frage habe ich auch letztes wochenende die locals mit gewonnen mit subterr nummeren sehr sehr gutes deck würde ich allerdings trotzdem er in den tier zwei bereich abstufen und wer die meta analyse gesehen hat der kann sich da auch noch ein bisschen genauer über subterr was anhören aber hierzu alter geist nach wie vor durch multifaker ein sehr 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 gutes deck wir haben in diesem deck topf der extra war ganz nach wie vor eine wirklich sehr sehr präsente karte mit der wir halt sehr viel draw power machen können dann natürlich die ganzen generischen pfeilen hier soll im judgment oder auch so einem strike richtig richtig gut momentan auch wieder sehr sehr gute karten da viele handtrips gespielt werden kann man auch das mit sehr sehr gut negieren da klar nicht mit urteil aber ihr wisst was ich meine sollen strike ist wahrscheinlich sogar die bessere karte natürlich gibt es auch hier die option das ganze wieder mit nummeren zu spielen finde ich persönlich allerdings ein bisschen schlechter als die pure altergeist variante allerdings sind das natürlich möglichkeiten die dieses deck dazubekommen hat deswegen nicht außer acht zu lassen und natürlich hat dieses deck auch noch die gute impermanence die natürlich unfassbar gut ist für altergeist impermanence und darauf dann angechant ein multifaker tut auf jeden fall zu jedem gegner weh also sehr sehr eklige sache und ich möchte auch nicht mehr so viel ins detail geht da wir diesen monat ja schon mal eine liste gemacht haben deswegen platz fünf altergeist und ich würde sagen wir direkt weiter zu nummer vier weiter geht's mit platz nummer vier und zwar ist das das gute rocket deck und nicht der ftk den ich neulich fälschlicherweise einmal als solchen bezitelt habe sondern hier einfach normal rocket oder link dragon wie man das ganze nennen möchte ist natürlich ein sehr 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 starkes deck und das aktuell auch das zweitstärkste combo deck was bei uns herumläuft und begünstigt natürlich durch rocket tracer das ist eine unfassbar gute karte oder generell die ganzen effekte der rocket wenn sie zerstört werden aber nicht nur rocket ist natürlich ein bestandteil sondern auch der stern war sein seifer der jetzt übrigens auch einen reprint in der mega tin bekommt und allein diese karte ist eine unfassbare power karte die diesen deck so enorm in die karten spielt also es ist unfassbar gut und dieser seifer das ist natürlich auch ein grund warum dieses deck so gut ist ein weiterer faktor für dieses deck ist natürlich dass dieses deck nicht auf 40 karten begrenzt gespielt werden muss man kann da bis zu 60 hochgehen ohne probleme und tatsächlich hat letztes wochenende die liste gewonnen mit 50 karten also sehr sehr gutes deck darf man nicht unterschätzen und die können auch zurückgreifen auf karten wie den 80 drache der ein zusätzlicher extender ist und gleichzeitig auch noch karten ziehen darf wenn man ihn als link material benutzt und das ist denke ich echt nicht schlecht und 80 drache teilweise eine karte die lange völlig underrated war könnt ihr mir gern wenn die kommentare schreiben ihr das seht aber zu recht auch eine gute karte hier drin ansonsten natürlich begünstigt warum dieses deck so gutes chaos raum hat natürlich auch seinen anteil daran chaos base unfassbar gut wissen wir alle und deswegen auch einer der gründe warum rocket wirklich eins der aktuellen top 5 decks dieses monats ist und ich denke auch zu recht und die letzte karte die wir hier noch mit erwähnen können beziehungsweise die vorletzte das der kann natürlich auch zurückgreifen auf den kaliballade wildrache der übrigens auch einen rippenden der megatin bekommt und ich denke jedes deck was diese karte first turn legen kann in den wirklich starken endboard ist schon wirklich sehr sehr gut und man hat natürlich noch die möglichkeit das priesterliche siegel der himmlischen sphären zu spielen das heißt ein generischer bounce ist da auch noch mal da und die karte ist natürlich auch sehr generische zwei drachen monster für dieses deck wirklich perfekt und deswegen ja link dragon oder rocket wie er es auch nennen möchtet in diesem monat platz nummer vier auch nicht ganz ausführlich und ich würde sagen gehen wir direkt weiter zu nummer drei platz drei ich denke eine ganz klare entscheidung ein deck was ich tatsächlich irgendwie nicht mit erwähnt hat auf der letzten liste ist natürlich invoked und invoked ist nicht angehittet und diese engine ist unfassbar bastelt und wir reden hier nicht von einer puren invoked variante sondern von invoked dogmatiker und natürlich spielt man diesen deck in den meisten zwei invocations und man hat natürlich einen wirklich noch generischen sucher das heißt natürlich den alistar und den spielt man natürlich dreimal der uns da eigentlich ja genau die kernkarten die wir brauchen eben zurecht sucht natürlich kann man dann auch oder spielt man dann auch noch eine meltdown die uns natürlich dann noch den alistar sucht das heißt dieses deck ist wirklich sehr 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 konstant natürlich dann begünstigt durch die dogmatiker die eigentlich perfekt mit invoked harmonieren die sind lichtmonster und es sind karten die karten ins extra deck oder vom extra deck auf den friedhof legen und im gegnerischen spielzug dann zusätzlich noch mal auch negieren können das heißt man kann damit sehr gut mit karten wie entes arbeiten oder ja zig anderen möglichkeiten um den gegner karten zu schießen gleichzeitig hat dieses denkt natürlich auch noch die option die neue karte zu spielen verboten an tropfen hier drin überhaupt gar kein problem man spielt fallen man spielt monster und man spielt natürlich auch spells das heißt man kann das auch sehr sehr gut nutzen man kann aber natürlich auch nur zwei negations raushauen aber das ist denke ich auch gut genug und verbotener tropfen hier wirklich eine sehr sehr gute karte drin und wie gesagt als quick spell aber war eh zu erwarten dass diese karte wirklich sehr sehr gut wird zusätzlich weil das ganze ja noch nicht gut genug ist spielt man hier natürlich auch noch eine kleine shadow engine drin mit der man eine winder im gegnerischen spielzug beschwören kann mit der guten schattenpuppenschisma was eine wirklich sehr 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 gute fallen karte ist die das schadol thema bekommen hat die natürlich hier drin auch sehr generisch super ist das heißt man legt sich einfach eine abkalaun rein mit seinen dogmatikern sucht sich dann die schismar auf die hand und da man sich dann die abkalaunen in den friedhof gelegt hat hat man dann auch die nötigen targets schon eigentlich fast zusammen um dann im gegnerischen spielzug eben eine winder zu beschwören deswegen schismar unfassbar gut auch in diesem deck und ja soweit sind wir dann auch schon durch mit den ja doch matikern wogt und ich denke zurecht platz drei und ich würde sagen gehen wir weiter zu platz zwei platz nummer zwei emancipator und ja ich darf euch endlich mal neue karten in diesem deck präsentieren nicht immer nur die standard karten die in den letzten monaten gezeigt wurden sondern hier einmal den wunderriss dass eine karte die eigentlich für das fossil thema gemacht wurde aber das ist halt ein generisches foolish für ein fels deck beziehungsweise nicht komplett aber die sagt lege ein felsmonster der stufe vier oder niedriger von deinem deck auf den friedhof das heißt damit kann man sich karten reinlegen die man eben brauchen damit dem man faxen anstellen kann zum beispiel hier wieder geburts golem und diese karte ja die ist eigentlich perfekt geschrieben für emancipator denn die sagt eben kann also der effekt von wieder geburts golem kann nur einmal pro spiel zu verwenden werden wenn diese karte von dem deck auf den friedhof gelegt wird aktiviere ein dieser effekte entweder beschwöre diese karte als spezialbeschwörung vom friedhof oder füge diese karte deine hand vom friedhof hinzu was dann gemacht wird ist natürlich klar man möchte den wieder geburts golem daneben spezialbeschwören das heißt man hat einen zusätzlichen extener dazu bekommen der natürlich fels ist und das ist wirklich sehr sehr stark und das ist auch mit faktor warum emancipator ganz oben noch mit vertreten ist weil es einfach nur zusätzliche option noch mal ist und sie haben natürlich noch eine weitere gute karte bekommen den lieferant von quakimero auch eine wirklich gute extender karte die dieses deck noch mal dazu bekommen das heißt dieses deck hat jetzt unfassbar viele extender kann sehr sehr gut ins spiel reinkommen und kann noch besser um handtraps drum herum spielen natürlich die bürger ist nach wie vor noch so ein problem aber auch lieferant von quakimero sehr sehr gut an dieser stelle natürlich nach wie vor die ganzen synchro faxen kaliber lade drache und auch ja wir haben immer noch den guten block dragon und solange block dragon hier in diesem deck spielbar ist glaube ich brauche ich nicht mehr viel dazu sagen so lange ist erdem in sie hätte absolutes top meter und jetzt würde ich sagen gehen wir direkt weiter zum platz nummer eins der sich allerdings im vergleich zur letzten liste nicht geändert hat aber ein paar karten die dort unten zugekommen sind und deswegen ja weiter zu platz 1 platz nummer eins unangefochten natürlich nach wie vor ältlich und das ist wirklich unfassbar was dieses deck mittlerweile anstellt dieses deck spielt mittlerweile nicht einfach nur nummeron oder irgendwas anders sondern es kann tatsächlich auch immer noch seine synchro engine spielen gepaart mit dogmatiker und theoretisch auch nummeron wie man das eben möchte aber jet synchron nach wie vor natürlich eine unfassbar wichtige karte für das deck um in die synchro kombos eben reinzukommen und eine weitere gute synchro karte die dieses deck finde ich sehr sehr gut supportet ist der chaos herrscher der chaotische magische drache weil er eben fünf karten mild und wenn man sich halt seine spells oder traps des ältig themas mild ja dann brauche ich kein erzählen was dann passiert dann macht man in der endphase richtig viel faxen und dann geht dieses deck so unendlich viel plus und dann kann man es fast nicht mehr schlagen also ich habe schon dagegen gespielt ist unfassbar eklig und das ist nur eine der vielen option dieses decks natürlich spielt dieses deck auch die dogmatiker engine und kann auch auf die dogmatiker bestrafung perfekt zurückgreifen stört das deck nicht man kann den gegner perfekt damit unterbinden und auch nochmal zusätzlichen negieren da dieses deck sowieso viel viel background spielt passt das natürlich perfekt zusammen und natürlich durch nadir diener ich meine spielt man auch in anderen decks ist klar aber nadir diener sucht uns natürlich auch noch die zusätzlichen puzzle teile die uns so fehlen von für dieses deck eben auf die hand und dann eben doch durch die ganzen dogmatiker monster ist es eigentlich eine runde sache allerdings eine sache muss ich dazu sagen ich glaube dogmatiker maximus ist eine karte die in diesen deck tatsächlich nicht gespielt wird aber brauchen wir auch nicht wir haben eine eglesia und wir haben eine fleur de lis und die ganzen anderen karten also es ist unfassbar gut und wer dann möchte kann natürlich auch in diesem deck auf die nummeren engine zurückgreifen das allerdings noch mit dem anderen mit synchro und dogmatiker gemischt halte ich für eher nicht so gut aber natürlich eine option wie ja kann jeder für sich selber entscheiden aber dieses deck hat eine riesen vielfalt und es sind tatsächlich jeder variante wahrscheinlich das beste deck was wir haben und ja was soll ich sagen soweit war es das dann mit den top 5 decks des aktuellen monats august 2.0 und ich hoffe diese liste kommt ein bisschen näher an das aktuelle geschehen dran was wir haben und wie gesagt sorry noch mal für die letzte liste in zukunft werde ich da ein bisschen länger warten falls irgendwelche neuen setze erscheinen und ansonsten würde ich sagen hoffe ich hat euch dieses video gefallen und ja macht's gut bis zum nächsten mal ciao ciao jetzt Bis zum nächsten Mal.